Moin Leute, nur ein kleines Update. Um 14 Uhr startet ja das kleine Event, was ich hier veranstalte mit der Money Lobby. Und ja, ich wollte nur noch mal kurz Bescheid sagen, da wahrscheinlich einige irgendwie nicht mitgekriegt haben. Es ist nur auf der Xbox. Was ihr dafür machen müsst, steht eigentlich in der Videobeschreibung ganz gut mit drin. Für diejenigen, die es nicht wissen, ihr müsst einfach folgendes machen, um in die Lobby mit reinzukommen. Ihr müsst auf unseren TS-Server kommen. Die IP-Adresse schreibe ich auf jeden Fall nochmal unten rein. Skype ist zur Not auch okay, wenn ihr zumindest keinen TS habt. Mein Skype-Name steht auch in der Videobeschreibung. Mein Kanal muss abonniert sein, der Kanal von Iceman Inc. muss abonniert sein. Das Video, was ihr hier gerade oder das Video, wo ich die Open Lobby veranstalte, sollte oder muss geliked werden. Und was noch cooler, wenn ihr das Ganze favoritisiert. Ich würde sagen, wir sehen uns um 14 Uhr, wie gesagt, hier auf dem TS. Bis dann, haut rein.